Die Burschen aus dem Lavanthal sind immer frisch, obwohl sie schon vor der Musikparade gespielt haben am Rothausplatz. Aber so sind die Loventhaler immer gut drauf und vor allem, wenn sie zu vier sind. Die vier von der Choralm. Die Burschen aus dem Lavanthal sind immer frisch, obwohl sie zu vier sind. Die Burschen aus dem Lavanthal sind immer frisch, obwohl sie zu vier sind. Die Burschen aus dem Lavanthal sind immer frisch, obwohl sie zu vier sind. Die Burschen aus dem Lavanthal. 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 Das ist mein eigenes, das ist mein eigenes, ja, das wär schön, aber das wieser sein, schwarzauger wirst sie sein, schwarzauger wirst sie sein, mit mein Sätze. Das wär mein weit auf klein, denn ich mir nehm an den, denn ich mir nehm an den, ja, das wär den. Und bringt das Storch aufs Ohr, am Turm mit Uldehohr, am Turm mit Uldehohr, spinn er noch mehr. Und da dazwischenlein, wird's Aramadern sein, wird's Aramadern sein, ja, das wär fein. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine alte Volksweise, wann ich a Göltle hätt mit den vier von der Choralm, Die heute auch live bei uns zu Gast sind, bei der Musikparade von Radio Kärnten, vom Villacher Kirchner, die vier von der Choralm. Ja, in Grabenberg, bitteschön, meine Herren. Ja, in Grabenberg, bitteschön, meine Herren. Und so ist die Geier wohl, wo man sein, ist hier den Scherne Steinballon. Sieht das Berg und Oll, Scherne Wies da überrollt, und das Scherne Gerne Gronadol. Sieht das Berg und Oll, Scherne Wies da überrollt, und das Scherne Gerne Gronadol. Sieht das Berg und Oll, Scherne Gronadol. Und so ist das Berg und Oll, Scherne Gerne Gronadol. Und so ist das Berg und Oll, Scherne Gerne Gronadol. Und so ist das Berg und Oll, Scherne Gerne Gronadol. Und so ist das Berg und Oll, Scherne Gerne Gronadol. Und so ist das Berg und Oll, Scherne Gerne Gronadol, Scherne Gerne Gronadol. Und so ist das Berg und Oll, Scherne Gerne Gronadol. Und so ist das Berg, Scherne Gerne Gronadol. Und so ist das Berg und Oll, Scherne Gerne Gronadol. Musik 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 muss das passen. Und jetzt 30 Jahre haben wir gesagt, spielen wir schon, aber mit dem auch immer Fernsehen schauen. Und deswegen haben wir eigentlich vor Jahren schon einmal ein Stückchen gemacht, ganz speziell für den Arnulf Brasch, weil wir sind ja eigentlich Fans von Kärnten heute. Und wenn der Samstag immer seine Sendung hat, Servus, Retsch, noch Tschau, da haben wir gesagt, was macht, da hilft nichts, da machen wir gleich einmal ein Stückchen, ist auch auf unserer CD oben. Und damit dürfen wir mir schon einmal während der vierte Saison, wir dürfen zwar noch ein Gesamtspiel noch einmal spielen, aber auf alle Fälle die vier von der Kärnten dürfen sich mit dem Stickel natürlich Servus, Retsch, noch Tschau, von euch verabschieden. Servus, Retsch, noch Tschau, bis bald da flieh der Saison, Servus, Retsch, noch Tschau, die Zeit sich schnell vergib. Servus, Retsch, noch Tschau, bei uns hier im Zahn. Servus, Retsch, noch Tschau, bis zum nächsten Mal. Servus, Retsch, noch Tschau, bis zum nächsten Mal. Servus, Retsch, noch Tschau, bis zum nächsten Mal. Servus, Retsch, noch Tschau, bis bald auf Wiedersehen. Servus, Retsch, noch Tschau, bis bald auf Wiedersehen. Servus, Retsch, noch Tschau, die Zeit, die schnell vergib. Servus, Retsch, noch Tschau, bei uns hier im Zahn. Servus, Retsch, noch Tschau, bis zum nächsten Mal. 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 Die vier von der Karalm, aber so schnell lassen wir euch nicht weg, weil wir haben gesagt, wenn sie schon da sind, dann machen wir gleich mit Ihnen auch eine Neuverstellung, nämlich die Neuverstellung Nummer zwei des heutigen Abends und auch dazu war es der Wilfried ein bisschen was. Ja, lieber Arnold, liebe Leute, ich habe natürlich auch bei den vier von der Karalm ein bisschen in meiner Statistikkiste gewühlt und bin raufgekommen, ich bin fast zum Schmunzeln gekommen, weil am 17. Oktober 2012 hießen die beiden Neuverstellungen in einer Sendung genauso wie heute die Karawanken und die vier von der Karalm, also fast zehn Jahre her. Die vier von der Karalm, groß aus Kino in einer Musikparade, sie haben insgesamt 20 Mal gewonnen und sind damit den Rekordsiegern, den Lausern, bis auf einen Sieg auf die Bälle gerückt. Und die vier von der Karalm sind die einzigen Interpreten, die mit all ihren vier Titeln, mit denen sie in einer Musikparade waren, auch gewonnen haben. Und sie waren auch die vierten Interpreten, die acht Mal gewonnen haben, also die quasi von der ersten bis zur letzten Woche durchgezogen haben. Und zwar war das im Februar 2021, also voriges Jahr mit Grüß Gott, Liebe Leid. Und sie wurden damit auch Jahressieger. Ochtmal gewonnen haben, wie wir wissen, nur die Unterkärntner 2013, dann die Gumpis 2017 und die Lauser 2018. Also wie gesagt, die vier von der Karalm sind quasi die amtierenden Jahressieger. Und deshalb sind sie heute auch hier. Das ist Neuvorstellung Nummer zwei des heutigen Abends. Die vier von der Karalm, zwei Steirer, zwei Kärntner. Die vier von der Karalm, zwei Steirer, zwei Kärntner. Das ist ein frischer Klang, die Musik um vom Herzen ein ganzes Leben lang. Ob Weißer oder Volker, die Spiele passen die Welt. Zwar Streitern, zwei Kärntner, das größte Alp der Welt. Zwar Streitern, zwei Kärntner. Die Spiele, drei von der Karalm, zwei Steirer, zwei Kärntner. Die haben so richtig dran. Aus dem Dorf und Volker, die Kärntner. Ein Klang, der uns gefällt. Zwar Streitern, zwei Kärntner. Das größte Alp der Welt. Musik Zwei Steirer, zwei Kärntner, die Neuvorstellung Nummer zwei des heutigen Abends mit den vier von der Choralmen. Musik 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 Vielen Dank.